Deutsch als Fremdsprache Kursbuch Huber Verlag München Hallo 1a Guten Tag, ich heiße Maria Schneider. Wie heißen Sie? Ich heiße Juan Oliveira. Mein Name ist Dana Sahin. 1c Hallo, ich heiße Juan Oliveira. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Dana Sahin. Guten Tag, ich heiße Dana Sahin. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Yoko Miura. Ich heiße Yoko Miura. Und Sie? Ich bin Elmer Nilsson. 2a A B C D E F G H H I J J J J J K L M J K L J J J J J J J J V W X Y Z A umlaut O umlaut U umlaut SZ Zwei B Eins Ich heiße Yoko Miura. Buchstabieren Sie bitte. Y O K O M I U R A Zwei Mein Name ist Dana Sahin. Buchstabieren Sie bitte. D A N A S A H I N Drei Ich heiße Elmer Nilsson. Buchstabieren Sie bitte. E E L M E R N I L S S O N Drei A A A Guten Morgen B G Guten Tag C C C Guten Abend D C Auf Wiedersehen E F F G Nacht F D Hallo G B Tschüss 3B G Guten Morgen Guten Morgen Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Abend Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Hallo. Tschüss. 3c Situation 1 Guten Morgen. Guten Morgen. Situation 2 Hallo, Elmer. Hallo, Joko. Situation 3 Gute Nacht. Gute Nacht. Situation 4 Guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Situation 5 Auf Wiedersehen, Herr Mayer. Auf Wiedersehen, Frau Sauer. Situation 6 Tschüss, Anni. Tschüss, Jonas. Tschüss, Frau Schneider. Tschüss, Anni. Tschüss, Anni. . Lektion 1 Guten Tag, ich heiße Ramoni. Entschuldigung, wie heißen Sie? Ramoni, ich heiße Paula Ramoni. Ach ja, guten Tag, Frau Ramoni. Bild 2 Herr Müller, Frau Ramoni ist hier. Frau Ramoni, das ist Herr Müller. Bild 3 Hallo, ich heiße Frank und das ist Petra. Und wie heißt du? Paula A2A Bild 4 Und das ist Frau Ramoni. Frau Ramoni ist neu hier. Bild 5 Herr Berger, bitte. Das ist Jakob. 6 4 3 2 7 1 Nein, das ist die Telefonnummer von... Bild 6 Die SMS ist wichtig. Sie ist von Hara, von Frau Kim. A2C 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 A 2 D A Wie ist die Telefonnummer von Christoph und Anna? 0 6 6 4 8 2 2 5 7 0 Nein, falsch! 8 3 2 5 7 0 Ja, das ist die richtige Telefonnummer. B Wie ist die Telefonnummer von Tina? Christina? Ja, Christina Richter. 8 2 2 5 3 4 Nein, die Telefonnummer habe ich, die Handynummer. Ach so, Christinas Handynummer. 0 6 6 4 8 2 2 9 3 4 C Das ist die Mailbox von 0 6 4 4 3 6 9 4 1 1. Bitte sprechen Sie jetzt. Guten Tag, Frau Grasmuck. Hier ist Langer. Ich... Ich... Ach was, ich schreibe eine SMS. A 3 A Bild 7 Woher kommt die SMS? Aus Korea. Sie ist wichtig. Bild 8 Die SMS kommt nicht aus Korea, Herr Berger. Frau Kim ist hier in Frankfurt. Bild 9 Das ist richtig. Tut mir leid. A 3 C 1 Woher kommst du, Meilin? Ich komme aus China. 2 Woher kommen Sie, Frau Said? Ich komme aus Ägypten. 3 Woher kommt ihr? Wir kommen aus Deutschland. 4 Und woher kommen Sie? Wir kommen aus Brasilien. B1B In Berlin ist es 11 Uhr. Es ist Vormittag. Wie spät ist es in New York? Es ist 5 Uhr. Es ist Morgen. Wie spät ist es in San Francisco? San Francisco? Ich glaube, es ist 2 Uhr. Es ist Nacht. Und in Tokio? Wie spät ist es in Tokio? In Tokio ist es 7 Uhr. Es ist Abend. B 2 B Und C Was ist heute für ein Tag? Am Montag? Ja, heute ist Montag. Dann ist morgen Dienstag. Ich glaube, Martin kommt morgen. Ja? Am Dienstag? Ja, richtig. Am Dienstag. Er hat morgen frei. Wann kommt er denn? Am Vormittag oder am Nachmittag? Hast du Martins Handynummer? Martins Handynummer? Ja, da ist sie. Deutschland 0049 und dann 176 391587. Okay, 176 und dann? 391587. 391587. 391587. Hallo? Ja? Bitte? Hallo, Martin. Wann kommst du morgen? Wie bitte? Was? Morgen? Ja. Hier ist Eva. Du kommst doch morgen. Wann kommst du denn? Am Vormittag? Oder am Nachmittag? Ah, Eva. Nein, nein. Ich komme morgen nicht. Ich bin in San Francisco. Wo bist du? In San Francisco. Oh, tut mir leid. Wie spät ist es denn jetzt in San Francisco? 2 Uhr. Es ist Nacht. Es ist Nacht? 2 Uhr? Oh, entschuldige bitte. Hier in Berlin ist es 11 Uhr am Vormittag. Aha. 11 Uhr am Vormittag. Tut mir leid, Martin. Tschüss. Tschüss. Martin kommt morgen nicht. Er ist in San Francisco. Martin kommt nicht. Okay. Martin. Martina. Martina! Richtig! Martina kommt morgen. Nicht Martin. Am Vormittag oder am Nachmittag? Hast du Martinas Handy-Nummer? B3a. Die Woche. Montag. Dienstag. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Samstag. Sonntag. B4a. 1. Wann hast du frei? Am Montag. 2. Hast du am Freitag frei, Lorenz? Nein, leider. Am Freitag habe ich nicht frei. 3. Habt ihr am Samstag frei? Flora hat frei. Flora hat frei. Wir haben leider nicht frei. C1a. 1. Die CD. 2. Das Foto. 3. Der Stuhl. 4. Das Fenster. 5. Der Kugelschreiber. 6. Das Papier. 7. Das Buch. 8. Der Bleistift. 9. Der Radiergummi. 10. Die Lampe. 11. Das Heft. 12. Der Tisch. C1b. 1. Wie heißt das auf Deutsch? Kugelschreiber. Der Kugelschreiber. 2. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Lampe, die Lampe. Und wie schreibt man das? L, A, M, P, E. 3. Wie heißt das auf Deutsch? Papier, das Papier. Das Wort kenne ich nicht. Wie schreibt man das? P, A, P, I, E, R. C, 1, C. Der Stuhl. Der Kugelschreiber. Der Bleistift. Der Radiergummi. Der Tisch. Das Foto. Das Fenster. Das Papier. Das Buch. Das Heft. Die CD. Die Lampe. C, 2, A. 1. Das ist eine CD. Eine CD? Ach ja, richtig. 2. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Heft. Drei. Und das? Was ist das? Ein Bleistift? Ja, richtig. Ein Bleistift. Lektion 2. Wie gut kennst du... A, 1, B und C. Schönen guten Abend. Danke. Vielen Dank. Hier ist Du und ich. Das Fernsehquiz für die ganze Familie. Heute Abend spielen hier Amelie Burgner aus Deutschland und Sven Larsson aus Schweden. Spiel 1 ist das Spiel richtig oder falsch. Kennen Sie das Spiel, Sven? Ja. Gut. Sie hören jetzt drei Sätze über Amelie. Die Sätze sind richtig oder falsch. Ich sage Satz 1 und Sie antworten. Sie sagen richtig oder falsch. Eine richtige Antwort ist ein Punkt für Sie. Ja. Satz 1. Amelie findet klassische Musik gut. Ich glaube, der Satz ist falsch. Ja, der Satz ist falsch. Sie hört gern Pop und Jazz. Satz 2. Amelies Lieblingsschauspieler ist George Clooney. Ich glaube, der Satz ist richtig. Ja. Die Antwort ist auch richtig. Das sind zwei Punkte. Satz 3. Amelie spielt gern Tennis. Ja. Oder nein. Ich glaube, der Satz ist richtig. Tut mir leid. Die Antwort ist leider falsch. Amelie spielt nicht Tennis. Das sind zwei Punkte für Sven. Amelie, jetzt hören Sie drei Sätze über Sven. Sagen Sie richtig oder falsch. Satz 1. Svens Lieblingstag ist der Montag. Falsch. Ja. Die Antwort ist richtig. Svens Lieblingstag ist der Samstag, sagt er. Nicht der Montag. Satz 2. Sven wandert gern. Sven kommt aus Schweden. Ich glaube, der Satz ist richtig. Nein, der Satz ist falsch. Sven wandert nicht sehr gern. Satz 3. Sven findet Comics toll. Ich glaube, der Satz ist richtig. Ja. Ja. Die Antwort ist richtig. Das heißt, Amelie hat drei Punkte. Nein. Nicht drei Punkte. Sie hat auch zwei Punkte. So wie Sven. A 2 A A 2 Tanzen B 1 E-Mails schreiben C 9 Kochen D 5 Tennis spielen E 8 Wandern F 6 Arbeiten G 3 Im Internet surfen H 7 Schwimmen I 4 Sprachen lernen J 10 Hausarbeit machen A 2 B 1 Ich koche gern. Kochen Sie auch gern, Herr Huber? Nein. Ich koche nicht gern. 2 Spielst du Tennis, Linda? Ja, sehr gern. Ja? Dann spielen wir am Freitag. Gut? A 3 A Interessant? Gut? Toll? Schön? Langweilig? Schrecklich? A 4 B 1 Wie findest du Brad Pitt? Gut, aber er ist nicht mein Lieblingsschauspieler. Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Jack Nicholson. 2 2 Was ist Ihre Lieblingszahl? Wie bitte? Was meinen Sie? Meine Lieblingszahl ist 12. Was ist Ihre Lieblingszahl? Meine Lieblingszahl? Das weiß ich nicht. B 1 B Weltfamilien. Karoline Schneider wohnt und arbeitet in Zürich. Sie ist geschieden. Karoline Schneider hat zwei Kinder. Ihre Tochter heißt Michaela und ihr Sohn heißt Tim. Am Nachmittag haben die Kinder oft frei. Dann kommt Adia. Adia Schalinkowa kommt aus Kasachstan. In der Schweiz arbeitet sie als Kinderfrau. Aber ihre Kinder und ihr Mann leben in Kasachstan. Adia liebt ihre Kinder sehr. Und sie skypen immer am Abend. Josef Aigner lebt in Bayern. Er ist Bauer von Beruf und ist verheiratet. Seine Frau Vanida kommt aus Thailand. Josef Aigner hat keine Geschwister. Seine Familie ist sehr klein. Aber seine Frau Vanida hat drei Brüder und zwei Schwestern. Ihre Geschwister und ihre Eltern leben in Thailand. Josef findet Vanidas Familie toll. Aber das Leben in Deutschland ist nicht einfach für Vanida. Sie hat hier noch keine Freunde. Sie ist oft allein. Familien wie die Schalinkows oder die Aignas leben in Weltfamilien. Ein Partner lebt in Deutschland. Ein Partner in Kasachstan. Ein Partner kommt aus Thailand. Ein Partner kommt aus Deutschland. Das ist nicht einfach. Aber Soziologen sagen, die Partner lernen in Weltfamilien sehr viel. Das Familienleben ist nicht langweilig. B 2 A Adia, hier sind die Fotos. Das ist meine Familie. Ist das dein Onkel, Tim? Ja, das ist mein Onkel Ulrich. Er ist mein Lieblingsonkel. Und das ist dein Vater. Er heißt Klaus, richtig? Ja. Ist das deine Tante? Nein, das ist meine Großmutter. Dann ist das dein Großvater. Ja, genau. Wie heißen Sie denn? Mein Großvater heißt Markus und meine Großmutter heißt Gertrud. Hat Caroline viele Geschwister? Meine Mutter? Nein, da ist nur Onkel Ulrich. Aber Lukas hat zwei Schwestern, Lena und Mia. Wer ist Lukas? Lukas ist mein Cousin. Zwei Schwestern. Es ist wirklich nicht einfach für Lukas. Ah ja, Lena und Mia sind dann deine Cousinen. B 2 F Du sagst, Onkel Ulrich ist dein Lieblingsonkel. Wie viele Onkel und Tanten hast du denn? Drei Onkel und drei Tanten. Mein Vater hat zwei Brüder. Sie sind auch verheiratet. Dann hast du sicher viele Cousins und Cousinen, oder? Ja, da sind Lukas, Lena und Mia. Ein Cousin und zwei Cousinen. Und dann sind da noch Michael und seine Schwester Lisi. Okay. Ein Cousin und noch eine Cousine. Ja, und dann noch Ella und Viktoria. Wie viele Cousins und Cousinen hast du dann? Na ja, sieben oder acht. Noch einmal. Lukas, Lena und Mia und dann... B 2 G Tim hat drei Onkel und drei Tanten. Tims Vater hat zwei Brüder. Tims Cousin Lukas hat zwei Schwestern. Tim hat zwei Cousins und fünf Cousinen. Das sind sieben. C 1 A Ich bin jetzt vier Wochen hier. Unser Team ist international. Das finde ich super. Da ist zum Beispiel Markus, der Barkeeper. Er kommt aus Brasilien. Er ist 32 Jahre alt und er arbeitet schon vier Jahre hier. Und da ist auch Sonja. Sie ist Ärztin. Sie sind meine Freunde. Jeden Tag haben wir die Sonne und das Meer. Das ist einfach toll. Ich finde das Schiff und die Arbeit schrecklich. Ich arbeite manchmal 14 Stunden am Tag. Das Essen ist schlecht und meine Kabine ist sehr, sehr klein. Meine Freunde und meine Familie sind auch nicht hier. Ich bin allein. Ich habe Heimweh. C 1 C Der Krankenpfleger Die Krankenschwester Der Arzt Die Ärztin Der Ingenieur Die Ingenieurin Der Kapitän Die Kapitänin Der Koch Die Köchin Der Steward Der Steward Die Stewardess Der Kellner Die Kellnerin Der Friseur Die Friseur Die Friseurin Der Rezeptionist Der Rezeptionist Die Rezeptionistin Der Schneider Die Schneiderin Sie Мы Die Charaktionist Die Pläne Der Erzieher Die Erzieherin Der Erzieher T5 Der Musiker Die Musikerin Der Hotelmanager, die Hotelmanagerin Der Hotelmanager, die Hotelmanagerin Der Hotelmanager, die Hotelmanagerin 13 14 15 16 18 19 20 32 49 55 68 74 Lektion 3 Was ist für Sie wichtig? A1c Sarah liest gern Bücher und hört gern Musik. Partys finde ich nicht so toll. Ich bleibe gern zu Hause. Ich brauche nur ein Buch oder eine gute CD. Dann bin ich glücklich. Sarah kauft oft Bücher und CDs. Für Bücher und CDs habe ich immer Geld, meint sie. Aber jetzt hat Sarah ein Problem. Sie hat eine neue Wohnung. Die Wohnung ist sehr klein und Sarah hat keinen Platz für neue Bücher. Ihr Freund Alex hat eine Idee. Du liest deine Bücher oft nur einmal oder zweimal, sagt er. Im Internet gibt es Tauschbörsen. Tausch doch deine Bücher. Das kostet nichts. Sarah findet die Idee gut. Ihre Bücher sind jetzt in der Tauschbörse im Internet. Dort findet Sarah Tauschpartner wie Gerald aus Frankfurt. Gerald sieht im Internet Sarahs Buch, Liebe ist. Er findet das Buch interessant. Sarah findet Geralts Buch Radiogeschichten gut. Sie schreiben E-Mails und tauschen ihre Bücher. Sarah tauscht auch CDs, DVDs und andere Dinge. Manchmal kauft sie auch etwas. Ich bekomme wirklich gute Sachen im Internet, meint sie. Ich tausche viel und oft. Meine Lieblingsbücher und meine Lieblings-CDs tausche ich aber nicht. Das ist klar. A 2 A 1 Der Kühlschrank 2 Das Fahrrad 3 3 Das Klavier 4 Die Briefmarke 5 Die Blumen 6 Die DVD 7 Die Gitarre 8 Die Hose 9 Der Tisch 10 10 Der Schrank 11 11 Das Computerspiel 12 12 Der Fernseher A 2 B 1 10 10 10 12 12 12 13 15 14 15 15 Ja, zum Beispiel jetzt. Schau, ich habe einen Kühlschrank. Den Kühlschrank brauche ich nicht mehr, aber ich brauche einen Tisch. Ich tausche und bekomme den Tisch. Super, nicht? Zwei Meine Frau und ich, wir tauschen im Internet. Was tauscht ihr denn? Wir haben ein Klavier. Das Klavier brauchen wir nicht mehr. Es ist schon alt und wir spielen nicht Klavier. Wir tauschen und bekommen eine Gitarre. Spielt ihr Gitarre? Nein, wir spielen auch nicht Gitarre. Aber das Klavier ist so groß und wir haben keinen Platz. Die Gitarre ist nicht so groß. Das ist gut. Ich habe einen Fernseher. Den Fernseher brauche ich nicht mehr. Ich tausche einfach im Internet und bekomme Briefmarken. Briefmarken für einen Fernseher? Ich weiß nicht. Ist das gut? Das ist toll. Die Briefmarken sind sehr alt. Aus dem Jahr 1912. Naja, der Fernseher kostet neu 800 Euro. A 3 A 1 Hier, die Hose finde ich toll. Ich weiß nicht. Die Farbe finde ich nicht so gut. Aber sie ist billig. Ja? Wie viel kostet sie? Nur 18,40 Euro. Zwei Wir brauchen noch Blumen für Margit und Walter. Du, hier gibt es Blumen. Sie sind schön. Aber sie kosten 36,90 Euro. Was? Blumen im Internet? Ich kaufe keine Blumen im Internet. Und 36,90 Euro, das finde ich auch sehr teuer. Drei Schau, hier gibt es Schränke. Wir brauchen doch einen Schrank. Ja, den Schrank hier finde ich gut. Er ist nicht so groß. Wie viel kostet er? 78 Euro. Das geht. Das ist nicht teuer. Vier Das Radio ist schön. Ja, stimmt. Wie viel kostet es? 84,50 Euro. Das ist nicht billig. Stimmt. Leider. B, 1, A A, 10 Der Fisch Die Fische B, 2 Der Käse C, 24 Die Birne Die Birnen D, 4 Der Orangensaft E, 5 Das Brot Das Brot Die Brote F, 6 Der Reis G, 1 Das Hähnchen Die Hähnchen H, 3 Die Butter Die Butter I, 13 Das Eis J, 8 Der T K, 7 Die Milch Die Milch L, 16 Die Kartoffel Die Kartoffeln M, 12 Das Fleisch N, 18 Die Nudel Die Nudeln O, 9 Die Wurst P, 15 Der Joghurt Das Joghurt Q, 23 Die Karotte Die Karotten R, 11 Das Brötchen Die Brötchen S, 22 Die Banane Die Bananen T, 19 Das Ei Die Eier U, 17 Der Apfel Die Äpfel V, 20 Die Cola Das Cola Das Cola W, 21 Die Tomate Die Tomaten X, 14 Der Salat Die Salate Isst du gern Käse? Nein, nicht so gern Zwei Der Tee schmeckt sehr gut Ich trinke immer nur Kaffee Tee trinke ich nie Drei Essen Sie gern Fisch? Ja, das ist mein Lieblingsessen Vier Ich kaufe noch Äpfel Magst du Äpfel? Ja, sehr gern Ich esse oft Äpfel B, 3 B, 3 1 Es ist 15 Uhr 15 Es ist Viertel nach drei Zwei Es ist 14 Uhr 40 Es ist 10 nach halb drei Es ist 20 vor drei Drei 3 Es ist 15 Uhr 45 Es ist 15 Uhr 45 Es ist Viertel vor vier Vier Es ist 14 Uhr 30 Es ist halb drei Es ist 5 vor halb drei B, 3 D und E Hallo Emma Um 5 Uhr in der Kantine Wie immer? Nein, leider Dorothee Heute nicht Ach komm schon Einen Kaffee Tut mir leid Ich möchte heute keinen Kaffee Ich habe Hunger Die Kantine hat heute Pizza und Hamburger mit Pommes frites Pizza oder Hamburger Nein, ich möchte Gemüse oder Salat Ich glaube, Salat gibt es auch Ich weiß nicht Zum Mittag haben sie Salat Aber am Nachmittag? Wie spät ist es jetzt? Viertel nach drei Um Viertel nach drei haben sie keinen Salat und kein Gemüse Stimmt, es ist schon spät Aber du magst doch Kuchen, oder? Kaffee und Kuchen gibt es immer Ja, schon, aber ich habe Hunger Ich möchte richtig essen Und du möchtest Salat oder Gemüse Ja, genau Na also, heute gibt es Karottenkuchen und Karotten sind Gemüse Dann ist alles klar Um 5 Uhr in der Kantine Da gibt es dann Kaffee und Kuchen Du nimmst einfach den Karottenkuchen Dorothee C1B Was ist Ihr Lieblingslokal? Mein Lieblingslokal? Das ist mein Kaffeehaus Am Vormittag treffe ich dort meine Freunde Wir spielen meistens Schach Zum Mittag bekommt man auch kleine Speisen Ich nehme dann oft einen Toast oder einen Salat Mein Lieblingsessen, Wiener Schnitzel, gibt es dort leider nicht Mein Lieblingslokal ist ein Bergerestaurant in den Schweizer Alpen Mein Mann und ich mögen die Berge und die Natur Am Wochenende wandern wir oft drei, vier Stunden Dann haben wir Hunger und Durst Da schmeckt das Essen so richtig gut Mein Lieblingsessen? Fisch und Salat Aber manchmal nehme ich auch ein Raclette, wie mein Mann Mein Lieblingslokal? Das ist ganz klar Meine Kneipe am Hafen Würstchen mit Kartoffelsalat Das ist mein Lieblingsessen Das esse ich dort Meistens am Abend Ich esse ja nicht so viel Am Morgen esse ich manchmal nichts Und zum Mittag auch nur wenig Vielleicht eine Suppe Aber am Abend habe ich dann richtig Hunger C2C 1 Guten Tag, was möchten Sie? Ich möchte einen Kaffee Und meine Frau nimmt ein Mineralwasser Nein, ich möchte eine heiße Schokolade Aber du nimmst immer ein Mineralwasser Ja, aber heute möchte ich eine heiße Schokolade und einen Schokoladenkuchen Einen Schokoladenkuchen? Äh, du? Einen Schokoladenkuchen? Ja Einen Kaffee, eine heiße Schokolade und einen Schokoladenkuchen? Ja, bitte Äh Schön ist es hier So, und jetzt habe ich Hunger Essen wie ein Raclette, wie immer? Nein Heute möchte ich eine Suppe und einen Tomaten-Mozzarella-Salat Gut, dann nehme ich einen Toast Wir möchten bezahlen Gern Ich bezahle eine heiße Schokolade, einen Schokoladenkuchen und einen Kaffee Das macht 9,70 Euro Danke Zwei Die Rechnung bitte Zusammen oder getrennt? Zusammen Heute bezahle ich Also ich bezahle meine Suppe, meinen Tomaten-Mozzarella-Salat und seinen Toast Das macht 28 Franken Hier bitte, stimmt so Vielen Dank Lektion 4 Muss ich heute A, 1, B Das zweite Leben Karin Kaiser arbeitet im Supermarkt Jeden Tag Jeden Tag muss sie um 7 Uhr aufstehen Um halb 9 beginnt ihre Arbeit Sie muss 4 Stunden am Vormittag Und 4 Stunden am Nachmittag arbeiten Jeden Tag muss sie Brötchen, Tomaten, Äpfel und andere Produkte verkaufen Karin findet ihren Beruf sehr langweilig Doch um halb 7 am Abend kommt sie nach Hause Dann beginnt das zweite Leben Karin besucht jeden Tag eine virtuelle Welt im Internet Dort wartet ihre Spielfigur auf sie Ihr Avatar Im Internet ist Karin keine Verkäuferin Dort ist sie Musikerin Karin kann gar nicht Klavier spielen Aber im Internet ist sie eine tolle Pianistin Im Internet hat Karin auch keine Wohnung Dort hat sie ein Haus am Meer Sie muss auch keine Hausarbeit machen Und keine Brötchen und kein Gemüse verkaufen Im Internet geht sie jeden Tag shoppen Da trifft sie Menschen aus vielen Ländern Karin spricht keine Fremdsprachen Aber ihr Avatar kann alle Sprachen sprechen und verstehen Karin mag ihr Leben im Internet Sie findet es super Der Psychologe Jörg Sommer ist da nicht sicher Manche Menschen müssen jeden Tag viele Stunden im Internet sein Sie können ohne Internet nicht leben, meint er Manchmal verlieren sie dann ihre realen Freunde oder ihren Beruf Ich bin traurig Ich bin glücklich Ich bin müde Ich bin hungrig Ich habe Hunger Ich bin lustig F Ich bin durstig Ich habe Durst G Ich bin zufrieden Ich bin nervös Ich bin nervös Ich bin nervös B, 1, C und D 1 Hallo Julian Wie geht's denn? Es geht Habt ihr heute wieder ein Spiel? Ja, so wie jeden Samstag Bist du schon nervös? Nein, ich spiele ja nicht mit Warum denn nicht? Es ist sicher so wie immer Um Viertel nach drei muss ich auf dem Platz sein Dann ziehe ich mein Trikot an und mache beim Training mit Und dann sitze ich auf der Bank und sehe zu Das geht jetzt schon acht Wochen so Ach komm Vielleicht ist es heute anders Nicht traurig sein 2 Du siehst müde aus Ja, bin ich auch Ich arbeite schon die ganze Woche Jeden Tag zehn Stunden Musst du heute auch noch arbeiten? Ja Ich muss das Fußballspiel ansehen und dann ein Interview machen Naja Vielleicht ist das Spiel ganz gut Das glaube ich nicht Ich möchte hier zu Hause bleiben Das geht aber nicht Vielleicht doch Ich kann ja den Trainer nach dem Spiel anrufen und das Interview machen Drei Marianne, du siehst zufrieden aus Ja sicher, Hans Heute ist wieder ein Fußballspiel Bist du ein Fan? Nein Ich sehe nie zu Aber ich verkaufe hier meine Würstchen und Getränke Und Macht das Spaß? Ja, die Fans sind immer hungrig und durstig Da verkaufe ich sehr gut 4 Das gibt es nicht Was ist los, Gerhard? Warum bist du so wütend? Da Eine SMS von Robert Er ist in Nürnberg Sein Bus kommt erst um 16.30 Uhr hier an Ja und? Wir spielen aber um 4 Na ja Dann ist er um Viertel vor 5 auf dem Platz Und ein Fußballspiel hat 90 Minuten So geht das nicht Er kann in Nürnberg bleiben Julian kommt nie zu spät Er spielt heute Und er spielt 90 Minuten Ich rufe Julian jetzt an Sie müssen um 9 Uhr im Büro sein Ihr Bus kommt erst um Viertel nach neun an 2 Sie arbeiten bis 23 Uhr Am Morgen müssen Sie um 4.30 Uhr aufstehen 3 Sie haben Geburtstag Ihre Freundin ruft aus den USA an 4 Sie möchten für das Konzert am Abend Ihre neue Hose anziehen Die Hose sieht schrecklich aus 5 Sie möchten etwas essen Sie machen den Kühlschrank auf Er ist leer 6 Ihre Freundinnen gehen shoppen Sie fragen Kommst du mit? C1A Ich will nicht mehr 1 Ich will nicht mehr den Haushalt machen Ich will nicht mehr die Wäsche waschen Und ich koche auch zu viel Jeden Tag zweimal Ich will wieder arbeiten Und Geld verdienen 2 Die Schule finde ich schrecklich Der Unterricht ist zu langweilig Ich will nicht mehr lernen Ich will auch nicht mehr zu Hause wohnen Ich will reisen und die Welt kennenlernen 3 Ich habe ein Haus und einen großen Garten Das ist alles zu viel Arbeit Ich will nicht mehr im Garten arbeiten Ich bin schon zu alt Ich will jetzt eine kleine Stadtwohnung mieten 4 Ich brauche Urlaub Ich will nicht mehr jeden Tag 12 oder 13 Stunden arbeiten Ich habe zu wenig Zeit für meine Familie So kann das nicht weitergehen Ich suche einen neuen Job 5 Ich will wieder einmal einen großen Hamburger mit Pommes frites essen Vielleicht sogar zwei Ich habe zu viele Fototermine Ich will keine Fotografen und Journalisten mehr sehen Ich will ganz normal leben Ich will nicht mehr in die Schule gehen Ich will reisen Nein, das geht nicht Du darfst jetzt nicht mit der Schule aufhören Du musst noch ein Jahr in die Schule gehen 2 Das geht nicht Sie dürfen jetzt keinen Urlaub nehmen Wir haben zu viel Arbeit in der Firma Aber ich brauche Urlaub Ich bin müde und nervös Ich arbeite zu viel Ich habe zu wenig Zeit für meine Familie 3 Und jetzt esse ich zwei Hamburger mit Pommes frites Nein, das geht gar nicht Du darfst kein Fastfood essen Du musst fit und schön aussehen 4 Mama, wo ist meine Hose? Ich bin so hungrig Wann gibt es Mittagessen? Ja, ich habe auch Hunger Ja, ja, ich komme Ich muss wieder eine Stelle finden Ich darf nicht nur für die Familie arbeiten 5 Und das ist Jogi Nein, das geht leider nicht Sie dürfen den Hund nicht mitbringen Die Wohnung ist zu klein Dann nehme ich die Wohnung nicht Auf Wiedersehen Lektion 6 Was ist dein Problem? A 2 A Teil 1 Arztpraxis Dr. Ordner Was kann ich für Sie tun? Hallo Hier spricht Huber Dominik Huber Ich brauche einen Termin Gern Nächste Woche haben wir etwas frei Vielleicht Montag? Nein Ich brauche den Termin heute Ich habe schreckliche Zahnschmerzen Geht das heute? Heute? Heute ist Mittwoch, der 16.4 Naja, vielleicht um 16 Uhr Nein, kommen Sie um 15.30 Geht das? 15 Uhr 30 Ja, das geht Vielen Dank A 2 B und C Teil 2 Arztpraxis Dr. Ordner Guten Tag Hallo Hallo Hier spricht noch einmal Dominik Huber Ja, Sie haben doch den Termin um halb vier Ja, aber ich will Ich kann nicht kommen Sind Sie sicher? Sie haben doch Schmerzen Ja Äh, nein Die Schmerzen sind weg Es geht mir wieder gut Da ist sicher nichts Ich habe keine Schmerzen mehr Das ist schön für Sie Möchten Sie dann vielleicht einen Kontrolltermin? Einen Kontrolltermin? Ja, für eine Zahnkontrolle Vielleicht Montag nächste Woche? Montag Das ist der 21.4 Richtig? Ja, genau Nein, da geht es nicht Am 21.4 habe ich wichtige Termine in der Firma Dann vielleicht eine Woche später Am 28.4 Nein, das ist auch schlecht Da bin ich im Ausland Ich denke, es geht erst im Mai Okay Ein Termin im Mai Geht der 3.5. um 10 Uhr? Ist das ein Mittwoch? Ja, Mittwochvormittag Ich weiß nicht Das geht vielleicht Oder nein Ich rufe noch einmal an A2D Januar Februar März April Mai Juni Juli August August September Oktober November Dezember A2E Der erste Der zweite Der dritte Der vierte Der fünfte Der sechste Der siebte Der achte Der neunte Der zehnte Der elfte Der zwölfte Der dreizehnte Der vierzehnte Der fünfzehnte Der sechzehnte Der siebzehnte Der achtzehnte Der neunzehnte Der zwanzigste Der einundzwanzigste Der dreißigste A2G Guten Tag Ich habe einen Termin Im März Ich möchte aber gern Früher kommen Geht das? Wann ist Ihr Termin? Am dreizehnten März Geht der sechste März Wie bitte? Wann? Können Sie das Bitte wiederholen? Können Sie am Sechsten März Ja, das geht Vielen Dank B1A 1 Der Kopf 2 Der Hals 3 Das Gesicht 4 4 4 Das Auge 5 Der Arm 6 Die Hand 7 Der Finger 8 8 Das Bein 9 Der Fuß 10 Der Zeh 11 Der Bauch 12 12 12 Die Brust 13 Der Rücken 14 Die Nase 15 Der Mund 16 Das Ohr B1C Tattoos 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 sind in Seit den 90er Jahren sind sie in ganz Europa modern. In Deutschland hat schon jeder Vierte unter 30 ein Tattoo. Frauen und Männer finden verschiedene Tattoos interessant. Blumenmotive auf dem Fuß oder auf der Hand finden viele Frauen schön. Männliche Tattookunden mögen Tiermotive auf dem Arm oder auf dem Rücken. Das Problem? Schon nach sechs Monaten wollen viele ihr Tattoo nicht mehr haben. Manuel hat zum Beispiel ein Clown-Tattoo auf seinem Fuß. Den Clown findet seine neue Freundin nicht so toll. Maria hat Blumentattoos auf ihren Händen und Fingern. Die mag ihr Chef aber nicht so gern. Besonders Tattoos auf dem Hals oder im Gesicht sind ein Problem, denn man kann sie immer sehen. Oft hilft dann nur der Arzt. Er kann das Tattoo entfernen. Man muss sein Tier-Tattoo auf dem Bein oder die Gitarre auf der Brust dann nicht das ganze Leben lang tragen. Ich habe ein Tattoo auf meinem Arm. Im Winter ist es kein Problem. Es ist kalt und unter meiner Kleidung sieht man das Tattoo nicht. Aber im Sommer sieht man das Tattoo. Mein Chef sagt, das Tattoo auf ihrem Arm mögen die Kunden nicht. Deshalb will ich es jetzt wegmachen. Übrigens, mein Chef hat ein Tattoo auf seinem Bein. Meine Freundin hat ein Tattoo auf ihrer Hand. Dort steht der Name von ihrem Ex-Freund. Auf meiner Hand steht der Name von meiner Ex-Freundin. Das finden wir beide nicht gut. Deshalb wollen wir die Tattoos wegmachen. Wie geht das? Hat jemand einen Tipp? Übrigens, wir wollen jetzt beide ein Tattoo mit unserem Namen. Der Arzt kann eure Tattoos lasern. Dann sieht man sie auf euren Händen nicht mehr. Tattoos sind meistens bunt. Der Arzt kann mit seinem Laser immer nur eine Farbe entfernen. Deshalb braucht man drei oder mehr Arzttermine. Aber ihr müsst zwischen euren Arztbesuchen einige Wochen warten. Das Lasern ist schmerzhaft und teuer. B, 3, B 1 Schwarz 2 Weiß 3 Rosa 4 Lila 5 Gelb 6 Grau 7 Rot 8 Blau 9 Braun 10 Grün 11 Beige 12 Orange C 2 A Du, Dirk, macht die Arbeit als Fahrradkurier Spaß? Ja, schon. Bezahlen bitte. Ja, gern. Komm gleich. Karin, warte. Das mache ich. Das ist gar nicht meine Brieftasche. Was heißt, das ist nicht deine Brieftasche? Na, die hier ist auch schwarz, aber das ist nicht meine Brieftasche. In meiner Brieftasche hatte ich meinen Ausweis und meine Kreditkarte. Die sind weg. Aber was mache ich denn jetzt? Okay, Dirk, ganz langsam. Wo warst du heute? Wann hattest du deine Brieftasche noch? Ähm, heute Morgen hatte ich die Brieftasche noch. Das war um halb acht. Da war ich zu Hause. Und dann? Äh, dann... Dann war ich am Bahnhof. Das war um neun Uhr. Hattest du da deine Brieftasche noch? Ja, ganz sicher. Um viertel vor zehn war ich dann in der Apotheke. Und dann... Dann... Dann war ich im Krankenhaus. Das war um halb elf, glaube ich. Ja, um halb elf. Hattest du deine Brieftasche da auch noch? Ja, ganz sicher. Im Krankenhaus brauche ich immer meinen Ausweis. Da hatte ich noch alles. Gut. Wo warst du dann? Dann war ich in der Post. Ja, um halb zwölf war ich da. Um halb zwölf. Hattest du die Brieftasche da auch noch? Das weiß ich nicht. Dort kennen mich alle. Dort brauche ich keinen Ausweis. Um viertel vor zwölf war ich dann kurz in der Firma. Mein Fahrrad war nicht in Ordnung. Dort war dann auch Leo. Er hatte auch ein Problem mit seinem Fahrrad. Wir waren circa eine halbe Stunde dort und dann... Hallo Karin! Hallo Dirk! Hallo Leo! Hi Leo! Hier, ich habe deine Brieftasche. Mit meinem Ausweis? Und mit meiner Kreditkarte? Und mit meinem Geld? Ja, und du hast hoffentlich meine Brieftasche. Richtig. Und wer bezahlt jetzt mal einen Kaffee? Lektion 7 Wohin fahren Sie? A 1 A 1 Und ihr wollt wirklich campen? Da braucht man doch so viel Gepäck. Nein, nein. Ich packe nur unsere Schlafsäcke und mein Zelt ein, suche einen Campingplatz und dann übernachten wir dort. 2 Allein mit dem Zug nach Bremen? Papa, ich glaube, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Wir kaufen für dich das Zugticket, gehen mit dir zum Bahnhof, suchen den Bahnsteig und das Gleis, steigen in den Zug ein und schon sitzt du im Zug auf deinem Platz. In Bremen steigst du aus und Oma holt dich ab. Okay, dann fahre ich allein zu Oma. Komm, schnell. Wir müssen das Gepäck einchecken. Wir haben nur noch 30 Minuten. Und dann müssen wir noch durch die Sicherheitskontrolle und den Flugsteig finden. Hast du deinen Ausweis dabei? Nein. Warum? Den Ausweis musst du an der Sicherheitskontrolle zeigen. Was machen wir jetzt? A 1 B Weg von zu Hause Ich liebe Straßen, Autobahnen, Bahnhöfe und Flughäfen. Sie bringen mich weg von zu Hause. Ich will andere Länder und Menschen kennenlernen. Ich will reisen. Ich fühle mich überall zu Hause. Ich übernachte in Hotels, Jugendherbergen, auf Campingplätzen, aber auch in der freien Natur. Meine nächste Reise geht nach Island. Ich weiß, Reisen kostet Geld. Deshalb möchte ich ein Buch mit Islandfotos drucken und dann verkaufen. Geld für mein Projekt bekomme ich auch über Crowdfunding. Im Internet gibt es eigene Crowdfunding-Seiten. Dort stelle ich mein Islandprojekt mit einem Film vor. Die Menschen sehen dann den Film, mögen meine Ideen und spenden Geld. Das hilft. Ich bin Informatiker. Ich arbeite meistens zu Hause. Einmal im Jahr muss ich beruflich nach London reisen. Das mag ich überhaupt nicht. Ich buche mein Flugticket im Internet und dann geht's los. Zuerst muss ich mit dem Zug nach München fahren. Vom Bahnhof zum Flughafen nehme ich die S-Bahn. Am Flughafen muss ich mein Gepäck einchecken und zum Gate gehen. In London muss ich dann mein Gepäck abholen, durch den Zoll gehen und mit dem Bus zum Hotel fahren. Nach acht Stunden kann ich endlich meine Koffer und Taschen auspacken. Acht Stunden lang Stress pur. Viele Menschen finden Reisen toll. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich bleibe lieber zu Hause. A 1 D 1 Mit der Straßenbahn fahren 2 Mit der U-Bahn fahren 3 Zu Fuß gehen 4 4 Ein Taxi nehmen 5 Ein Schiff nehmen 6 Mit dem Bus fahren 7 7 Mit dem Zug fahren 8 Fliegen 9 Mit dem Rad fahren 10 Mit dem Auto fahren 1 A 2 Wir müssen noch Medikamente kaufen. Gehst du zur Apotheke? Ich habe leider keine Zeit. Kannst du das nicht machen? Ja, das kann ich machen. A 2 C Ja, hallo? Hallo Birgit. Wo bist du denn? Ich bin jetzt im Supermarkt. Und wo bist du? Ich bin beim Arzt. Aber ich bin fertig. Ich warte hier schon eine Viertelstunde. Ich komme sofort. Vom Supermarkt zum Arzt brauche ich ja nur sechs Minuten. B 1 A Hallo Frau Weber. Hier ist Wolf. In sechs Wochen ist doch das Firmentreffen in Wien. Sie wissen schon. Bitte, reservieren Sie schnell die Zimmer im Hotel Mirabelle. Wie immer. Frau Bergmann und ich fliegen nach Wien. Wir brauchen also zwei Einzelzimmer mit Bad für zwei Nächte. Bitte im dritten Stock. Dort ist es ruhig. Und ohne Frühstück. Hallo Angelika. Hast du einen Tipp für mich? Gunther und ich möchten nächsten Monat nach Barcelona fliegen zu einem Fußballspiel. Wir haben noch kein Hotel. Wir brauchen ein Doppelzimmer für drei Tage. Es muss aber günstig sein. Zimmer mit Bad brauchen wir nicht. Vollpension oder Halbpension natürlich auch nicht. Wir möchten aber im Hotel frühstücken. Und du weißt, es muss billig sein. So, zuerst Wien. Das muss schnell gehen, sagt sie. Bei Frau Wolf muss immer alles schnell gehen. Wien. Das ist die 0043-1 und dann die Hotelnummer. Okay. Hallo. Hotel Mirabelle. Miriam Seidel. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Frau Seidel. Hier spricht Weber, Firma Ebert & Co. Berlin. Ich brauche ein Zimmer für zwei Personen mit Bad. Ein Doppelzimmer mit Bad. Gut. Und wann? Ja, ja. Für zwei Personen. Also in sechs Wochen. Heute ist der 14.05. Das heißt, wir brauchen die Zimmer am 25.06. Wie lange möchten Sie bleiben? Zwei Nächte. Haben Sie noch Zimmer im dritten Stock? Einen Moment. Ja. Im dritten Stock sind noch Zimmer frei. Gut. Dann im dritten Stock, bitte. Mit Frühstück? Ja, bitte. Gut. Sie möchten für den 25.06. ein Doppelzimmer mit Bad, inklusive Frühstück. Sie fahren am 27. wieder ab. Hm? Können Sie mir noch einmal Ihren Namen sagen? Mein Name ist Weber und das Zimmer ist für die Firma Ebert & Co. Zahlen Sie mit Karte? Nein. Schicken Sie uns die Rechnung, bitte. Wir überweisen dann das Geld. Ach ja. Ich weiß. Sie waren letztes Jahr auch da. Ja. Also vielen Dank. Das Zimmer ist für Sie reserviert. Vielen Dank. Auf Wiederhören. So. Jetzt zu Marc. Ach nein. Gudrun, kannst du bitte helfen? Ich habe so viel Arbeit. Ich weiß wirklich nicht, wie ich... So, also. Was möchte Frau Wolf? Sie möchte am Mittwoch vor elf in Frankfurt sein. Ähm... Fährt sie mit dem Zug oder fliegt sie? Sie fliegt. Wann fliegt das Flugzeug ab? Um acht Uhr dreißig. Und wann kommt das Flugzeug an? Um neun Uhr fünfundvierzig. Wie lange dauert der Flug? Eine Stunde und fünfzehn Minuten. Und was kostet der Flug? Einhundertelf Euro. Hast du schon die Zugtickets für Frau Wolf, Gudrun? Ja, Angelika. Hier sind sie. Einmal Berlin-Frankfurt, Hinfahrt und Rückfahrt. Danke, Gudrun. Und wie wird das Wetter in Frankfurt? Weißt du das auch? Ja, heute und morgen scheint noch die Sonne. Da ist es noch warm. Ja? Ja, heute sind es 22 Grad. Und morgen sind es immer noch 20 Grad. Aber morgen ist es dann schon windig. Und am Mittwoch regnet es leicht. Es sind 17 Grad. Und am Donnerstag? Da regnet es dann stark. Und es sind nur noch 14 Grad. Puh, das ist ja sehr kalt. C1B 1 Warst du schon einmal in der Schweiz? Ja, ich war in St. Gallen. Dort habe ich die Bibliothek gesehen. 2 Hast du schon einmal den Kölner Dom gesehen? Nein, ich war noch nie in Deutschland. C1D A Vor fünf Jahren in Bayern, da habe ich Peter zum ersten Mal gesehen. Ich habe vor der Kasse im Schloss auf die Führung gewartet. Es waren sehr viele Leute da. Peter hat auch gewartet. Plötzlich hat er gesagt, Eigentlich will ich das Schloss nicht sehen. Kommen Sie doch mit. Gehen wir etwas trinken. Wir haben dann zwei Stunden Kaffee getrunken. Peter ist heute mein Ehemann. B Nach zwei Stunden in der Bibliothek hatte ich genug von Büchern. Draußen vor der Bibliothek habe ich ein Eis gekauft. Da habe ich plötzlich ein Handy auf dem Boden gefunden. Ich habe es genommen und zur Kasse gebracht. Dort war eine Touristin aus Japan. Sie hat ihr Handy schon gesucht. Sie war sehr glücklich. Wir haben noch schnell ein Foto gemacht. Das Foto habe ich heute noch. Da möchte ich mit dem Fahrrad hochfahren, war meine Idee. Aber 20 Kilometer den Berg hoch, das war doch sehr weit und es war sehr heiß. Nach eineinhalb Stunden war ich kaputt. Da hat eine Frau mich gefragt, kann ich sie mitnehmen? Im Auto ist auch noch Platz für ihr Fahrrad. Oben im Bergrestaurant haben wir dann gegessen. So habe ich meine Ehefrau Ines getroffen. Lektion 8 Hast du schon gehört? A 1 C Erich ist ein Kollege von mir. Heute hatte er Probleme mit dem Chef. Er hat im Büro Zeitung gelesen. Unser Chef hat das gesehen und war sehr wütend. Jetzt ist Erich nervös, denn er glaubt, er verliert bald seinen Arbeitsplatz. Aber ich denke, Zeitung lesen im Büro ist doch kein Problem. Was meint ihr? A 1 D Also Zeitung lesen im Büro ist verboten. Das ist doch klar. Euer Chef hat recht. Ihr bekommt euer Geld für eure Arbeit und nicht für das Zeitung lesen. So einfach ist es nicht. Es muss in der Firma klare Regeln geben. Was ist erlaubt und was ist verboten? Die Regeln müssen alle kennen. Gibt es bei euch klare Regeln? Wir haben auch so ein Problem. Ein paar Kollegen surfen immer im Internet. Deshalb haben wir anderen viel mehr Arbeit. Das ist nicht richtig. Hört doch mit der Diskussion auf. Zeitung lesen im Büro? Da darf man nicht sofort den Job verlieren. Manchmal gibt es nicht so viel Arbeit. Man darf auch einmal Pause machen und Zeitung lesen. A 2 B Geschichte 1 Gestern ist mir was passiert. Ich bin bei Rot über die Kreuzung gefahren. Oh je. Hattest du dann ein Problem? Ja. Ein Polizist hat mich gesehen. Und? Hat er etwas gesagt? Ja. Er hat gesagt, das kostet 45 Euro. Was? 45 Euro? Und? Hast du das gezahlt? Ja, sicher. Geschichte 2 Philipp ist am Wochenende ins Kino gegangen und hat einen Film für Erwachsene gesehen. Ja, und? Aber er ist erst 14 Jahre alt. Er sieht aber wie 18 aus. Hatte er Probleme? Nein, überhaupt nicht. Na siehst du. Geschichte 3 Letzten Sonntag hatten wir Gäste. Wir haben auf dem Balkon gegrillt. Ja, und? Der Vermieter ist gekommen und hat gesagt, das geht nicht, das ist verboten. Was habt ihr dann gemacht? Wir haben das Fleisch auf dem Herd gegrillt. Aber wir waren schon ziemlich wütend. Geschichte 4 Markus und Arno sind gestern im Fluss geschwommen. Aber das ist verboten. Ja, aber niemand hat sie gesehen. Da hatten sie Glück. B 1 A 1 E Weihnachten ist am 25. und 26. Dezember. Den Heiligen Abend feiert man am 24. Dezember. Da gibt es auch Geschenke. 2B Am 31. Dezember feiert man Silvester. Der 1. Januar ist ein Feiertag. Zu Silvester gibt es keine Geschenke. 3C Im Januar und Februar ist Karneval. In manchen Regionen heißt der Karneval auch Fasching oder Fastnacht. Im Karneval ziehen viele Menschen verrückte Kleider und Kostüme an. Geschenke gibt es keine. 4A Ostern ist im März oder April. Zu Ostern schenken die Eltern ihren Kindern Ostereier und Schokolade. Manchmal gibt es auch andere kleine Geschenke. 5D Geburtstage feiert man natürlich am Geburtstag. Da gibt es dann auch immer Geschenke. B 1 C und D Du Milan, sag mal, gefällt dir die Lederhose? Wie findest du sie? Ich weiß nicht. Weißt du, Otto, Mode ist nicht wirklich mein Thema. Sie ist so, so, so anders. Ja, ich denke, sie ist nicht ganz dein Stil. Warum hast du die Hose gekauft? Ich habe sie nicht gekauft. Monika hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Du hattest Geburtstag? Ja, am 6.2. vor drei Tagen. Mitten im Karneval. Ich bin ein Karnevalskind. Wie lange kennst du Monika schon? Drei Monate. Wir kennen uns schon ziemlich gut. So gut vielleicht auch nicht. Die Lederhose hat sie dir geschenkt? Ja, und den Hut hier. Was? Gehört der Hut auch dir? Gefällt er dir auch nicht? Naja, ich weiß nicht. Ich finde ihn... Ja, er gefällt mir auch nicht. Aber heute treffe ich Monika. Da muss ich die Lederhose und den Hut anziehen. Hallo. Wie geht's ihr beiden? Hallo, Rico. Danke. Ganz gut. Und dir? Es geht. Ein bisschen müde. Ihr wisst doch, der Karneval. Heute eine Party, morgen eine Party. Otto, du gehst wohl auch zu einer Karnevalsparty mit deiner Lederhose. Wie heißt denn dein Kostüm? Otto, der Gartenzwerg oder... Ich denke, ich zahle mal meine Rechnung. Was hat er denn? Ich finde sein Kostüm lustig. B2A Das Hemd, die Hemden Der Pullover, die Pullover Die Sommerhose, die Sommerhosen Die Tanzschuhe Die Jeans, die Jeans Die Lederhose Die Lederhosen Das Kleid Die Kleider Die Jacke Die Jacken Der Mantel Die Mäntel Das Abendkleid Die Abendkleider Die Sportschuhe Das T-Shirt Die T-Shirts B2A Das Hemd, die Hemden Der Pullover, die Pullover Die Sommerhose, die Sommerhosen Die Tanzschuhe Die Jeans, die Jeans Die Lederhose, die Lederhosen Das Kleid Das Kleid Die Kleider Die Jacke Die Jacken Der Mantel Die Mäntel Das Abendkleid Das Abendkleid Die Abendkleider Die Sportschuhe Das T-Shirt Die T-Shirts B3A und C Nina Welche Sängerin gefällt dir? Okay Welche Sängerin gefällt dir? Warte Ich glaube Katy Perry Oder Nein Das weiß ich nicht Okay Welche Bücher Liest sie gern? Krimis mag sie nicht Das weiß ich Aber vielleicht Bücher über moderne Kunst? Nein Lieber nicht Da bin ich auch nicht sicher Nein Das weiß ich auch nicht Gut Welches Urlaubsland gefällt dir besonders gut? Du kannst ihr ja eine typische Sache aus dem Land kaufen Oder du kannst dir eine Reise schenken Welchen Ort mag sie denn? Hm Sie fährt manchmal nach Frankreich, glaube ich Oder war es Italien? Tut mir leid Ihr Lieblingsurlaubsland hat sie mir nicht gesagt Okay Also Welche Filme sieht sie gern? Weißt du das, Jakob? Hm Liebesfilme mag sie nicht, glaube ich Aber Horrorfilme mag sie Ja Horrorfilme sieht sie gern Da bin ich sicher Na ja Eine DVD kannst du ihr schenken Aber bitte schenk ihr keinen Horrorfilm Warum nicht? Das ist ja schrecklich Ein Horrorfilm zum Geburtstag Nein Welches Hobby hat sie? Ich glaube, sie spielt jeden Mittwoch Tennis Oder nein Doch nicht Hm Warte Ja Lea kocht sehr gut Kocht sie aber auch gern? Ja, ich glaube schon Na dann ist alles klar Kauf ihr doch ein Kochbuch Ein Kochbuch? Ja Das ist eine gute Idee Das mache ich Aber Jakob Besonders gut kennst du sie nicht Na ja Vielleicht jetzt noch nicht Ich kenne sie doch erst seit einer Woche B4A Geschenk 1 Ähm Was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Du brauchst ihn im Winter Er ist warm Mit ihm siehst du gut aus Geschenk 2 Ähm Was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Sie ist braun und süß Du kannst sie essen, aber auch trinken Sie schmeckt mir gut Geschenk 3 Was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Du brauchst sie jeden Tag Du kannst mit ihnen gehen und laufen Sie stehen meistens im Flur Geschenk 4 Ähm, was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Du kannst es überall mitnehmen Manchmal ist es langweilig Manchmal interessant Du kannst in ihm lesen B4B Geschenk 1 Was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Du brauchst ihn im Winter Er ist warm Mit ihm siehst du gut aus Ein Pullover? Ja, genau Geschenk 2 Ähm Was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Sie ist braun und süß Sie ist braun und süß Du kannst sie essen, aber auch trinken Sie schmeckt mir gut Schokolade? Ja, genau Geschenk 3 Was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Du brauchst sie jeden Tag Du kannst mit ihnen gehen und laufen Sie stehen meistens im Flur Schuhe? Ja, genau Geschenk 4 Ähm, was ist da drin? Du musst raten Gib mir einen Tipp Du kannst es überall mitnehmen Manchmal ist es langweilig Manchmal interessant Du kannst in ihm lesen Hm, ein Buch? Ja, genau Meine Freundin Carla ist mit dem Zug nach München gefahren Vor der Fahrt hat sie Kaffee-Schokolade gekauft Ihre Lieblingssorte Im Zug hat sie Zeitung gelesen und dann ein bisschen geschlafen Nach einer Viertelstunde war Carla wieder wach Neben ihr hat eine alte Frau gesessen und Schokolade gegessen Kaffee-Schokolade Meine Freundin hat gedacht Das ist doch meine Schokolade Soll ich etwas sagen? Soll ich der Frau die Schokolade wegnehmen? Aber sie hat dann doch nichts gesagt Carla und die Frau haben dann die Schokolade gemeinsam gegessen Die alte Frau war freundlich Sie hat Carla für die Schokolade aber nicht gedankt In München ist meine Freundin zu mir gefahren Da hat sie ihre Tasche geöffnet Was meinst du war in der Tasche? Ihre Schokolade Das mysteriöse Foto Seit Mai haben Sophie und Alexander ihr Auto Es ist ganz neu Ab 10. Juni hat Alexander frei Am 15. möchten sie gemeinsam nach Spanien fahren Auch im Februar waren sie gemeinsam im Winterurlaub Das war vor vier Monaten In Sophies Kamera sind noch Fotos aus dem Urlaub Einen Tag vor der Spanienreise Speichert sie diese Fotos von der Kamera auf ihrem Laptop Dann geht es los Alexander fährt schnell Zu schnell In Spanien kann er den Wagen nicht auf der Straße halten Und fährt gegen einen Baum Sophie muss von Juni bis September im Krankenhaus bleiben Drei lange Monate Alexander kann nach drei Wochen zurück nach Deutschland fahren In Sophies Laptop findet Alexander die Fotos vom Winterurlaub Doch ein Foto ist anders Auf dem Foto ist es nicht Winter Es ist Sommer Man sieht eine Straße in Spanien Ein Auto ist gegen einen Baum gefahren Und dieses Auto ist ihr Auto Auch das Datum stimmt Jemand hat am 15. Juni um 16 Uhr Ein Foto von ihrem kaputten Auto gemacht Ich glaube, du arbeitest von 8 bis 16 Uhr Richtig Ich glaube, du hast vor zwei Jahren als Kellner gearbeitet Das stimmt Ich glaube, du machst ab Herbst Sport Nein, falsch Ich mache ab Montag Sport Du fährst im Herbst nach Frankreich Richtig Dann lernst du seit sechs Wochen Deutsch? Richtig Endlich Ich danke dir Ich danke dir Ich danke dir Ich danke dir nicht Vielen Dank.